So, läuft perfekt. So, heute habe ich das Glück. Ich habe gesagt, heute will ich auch mal die Kamera halten. Darf ich ja sonst immer nicht. Das macht ja sonst immer der Große, weil er einen längeren Arm hat als ich. Aber klappt jetzt. Dafür hat er mehr Zeit. Aber dafür gehe ich gerade in die Knie hier gerade hier rein. Einen wunderschönen guten Tag auf diesem Wege. Ganz genau. Wackelst du aber auch. Ja, es ist halt Übungssache. Wir befinden uns jetzt hier in der Damenabteilung. Richtig. Und wir melden uns noch ganz kurz. Denn als Reminder, als Erinnerung für unser Gewinnspiel, dass wir insgesamt 100 Paar Schuhe nämlich verlosen, verschenken. 50 für Damen, 50 für Herren. Genau. Und diese Aktion, die gilt noch bis Mitte November. Bis Mitte November läuft es noch. Da kann man sich hier registrieren. Du musst auch da hingucken. Entschuldigung, Dorot, natürlich dahin. Und unten drunter einschreiben sozusagen, welche Schuhmarke man gerne gewinnen möchte. Also ein Paar darf man sich aussuchen. Egal was von welcher Marke. Wir machen es möglich. Genau, ob das jetzt Gabor ist, ob das Remonte ist. Think is Camel Active. Sag mal. Mustang. Mustang. Josef Seibel. Josef Seibel. Andres Machado. Romica. Oder Remonte. Hab ich schon gesagt. Ja. Egal was. Vollkommen Wumpe, sag ich mal, ist das. Man darf es sich aussuchen. Denn was man gewinnen möchte, kann man, man sagt man übrigens ja nicht. Mann oder Frau. Denn was Sie gewinnen wollen, das können Sie selbst bestimmen. Sie haben bloß ein Problem. Sie müssen gezogen werden. Also da heißt es sozusagen jetzt Daumen drücken, dass der Name gezogen wird. Wir drücken Sie auf jeden Fall. Genau. Wünschen fleißiges Mitmachen, falls man es wünschen kann oder toi, toi, toi in dem Sinne. Und sagen bis dann natürlich. Bis dann. Ciao. Ciao.